Sambri und Batschi Lessig Playmobil Familie Lustig Teil 3 Guten Morgen! Kinder, ihr habt euch schon selber Frühstück gemacht? Ja, natürlich! Was denkst du denn? Heute ist Sonntag! Ja, ich freue mich! Heute machen wir wieder Ausflüge! Oh, schon wieder so actionreich! Ja, schon wieder so actionreich! ... wird eine neue Bar gebaut, Lasse! Ich hab mich schon gefragt, was machen die da schon wieder? Kinder, kommt ihr! Ihr wollt doch heute ins Freibad gehen! Ja, gleich, Papa, willkommen! So, Kinder, jetzt sind wir im Freibad angekommen! Juhu! Juhu! Wir freuen uns! Aua! Juhu! Juhu! Wir machen den Wett schwimmen, Lasse! Ja, komm! Wer als erstes vom von Herrn Lessig in den kleinen Pool schwimmt und springt hat gewonnen! Ja, okay! Tschö! Lalalalala! Jetzt gefällt's in dem neuen Restaurant! Und dann würden wir sagen, ihr könnt uns kostenlos abonnieren und liken! Tschö! 10 Wettbewerden! Was Wettbewerden! Frau mit NS 0 19 Ohh 4